hi und herzlich willkommen zurück zu Viesta online ja wir stehen hier vorm goblin könig und wollen denen mal blatt machen zumindest das mal versuchen, hoffentlich fällen wir nicht gleich am anfang der folge bestimmt wahrscheinlich Versuch ist es wert, ne? Ich mein, wenn wir ein bisschen laufen... Ach, hier ist wirklich viel los. Ja gut, ich mein, der Goblin-König, der hat halt auch seine Wachen, ne? So viel. Oh nein, jetzt hab ich ein... Kannst du das wegmachen? Ja. Ach, super. Ich wollte sagen, weil da hätten wir aufs keinen Fall geschafft. Wieso? Das war ja kein Schaden, das war ja, ähm... Ne? Ne, das war was anderes. Aber ich glaub, da steht einer im Hintergrund. Mal zum Vordergrund. Auch gesehen. Egal, komm, wir versuchen. Los, 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 los. Ja, das ist ein Stern, also... Ne, bei mir ist es 48. Achso, der Goblin-König mag ja Dingslo-Bubes. Äh... Hilf mir. Oh, ich sterb. Ach, Schatzi, super. Nicht den angreifen. Ja, sorry, der kam mir grad so blöd dagegen. Geh nach hinten. Ich hab diesen Drang, der meine ganze Energie auf einmal, äh, auffüllt. Und... Der Flächenschaden? Ach ja. Ja, der hat einen bösartigen Flächenschaden. Äh, ja, blübs. Der mich tötet. Oh nein, ich hab gefehlt zum Anfang der Folge. Soll ich jetzt weitermachen, äh... Wenn du den packst, dann packst du den. Andernfalls packst du den halt nicht, ne? Äh, nein, ich packe den nicht. Der hat einen richtig bösen Flächenschaden, also fail zum Anfang der Folge. Yippie, yay! Ähm, ja, und den hab ich auch keinst mehr, also zur Start, ne? Jo, würd ich auch sagen, ne? Hallöchen. Jo, das war ja mal gar nix, ne? Aber egal. Also ich mach jetzt weiter, ne? Ich hatte eben nen kleinen Cut drin. Wären jetzt noch schnell, ähm... Alles aufgenommen, äh, alle Quests nochmal angenommen. Da, äh, Goblin-König, das machen wir dann doch lieber, wenn wir zu 14. Und wenn man Clare dabei... Aber ich mein, und wenn man buffen, ich mein, hey, das war ein Schlag. Ich hatte volle Energie und ich war weg, ne? Versuch war's wert. Also, das konnte ich einfach nicht überleben, ne? Das ging einfach nicht. Dann würd ich jetzt einfach sagen, wir fangen, ähm... Geben wir trotzdem da runter in die Ecke? So, Bären brauchen wir auch, ne? Wir brauchen Kapitäne und Dynamit und... Eigentlich brauchen wir da nicht nur dazu geh. Guck mal, die Kapitäne könnte mal hier, äh, äh, hier kloppen. Hier könnte mal die Kapitäne kloppen. Sind auch Pilze dabei? Ich glaub's nicht. Doch ganz am Ende vom Weg vielleicht. Da waren, glaub ich. Das regt mich jetzt schon ne bisschen, das macht mich innerlich schon ne bisschen, äh, sauer. Ne? Dass du da gestorben bist? Ja, dass du mit dir nicht gepackt hast. Ja, hallo, das ist ja unser Level und ohne Buff und... Ja, ich sag... Komm, ich strick jetzt so drauf, das leuchtet, nervt mich. Ähm... Ja, ich sag aber mal so. Mein Krieger hätte den auf dem Level lockerblatt gezogen, ne? Ja, ein Krieger. Also, Ecki jetzt nett. Nein, Spaß. Ecki kann schon, wenn er will, dann kriegt er das schon hin. Ne, ich mein's im Vergleich zum Magier. Ja. Weil schon Magier nicht immer gescheit Rüstung... Ach, den Brief krieg er mal vom Magier? Ah, wirst du mal, das hab ich eben gar nicht gesehen. Ich bin fertig mit dem Dynamit, ich brauch nur noch eins. Ah. Ich auch. Gut. Ja, ich wollte grad sagen, ich hab ja noch nicht mal ne gescheite Rüstung. Ich hab nur ganz normale NPCs und die 35er Hose. Ne? Also, das ist... Pfff... Nicht wirklich das, was man ne gute Ausrüstung nennen kann. Aber das ist halt was anderes auf dem Server. Auf Apo hab ich mir alles gekauft. Bist du fertig? Ja, kannst du nehmen. Auf Apo hab ich mir halt gleich immer alles gekauft. Gleich die richtige Rüstung. Ne fette Waffe. Ich mein, normalerweise geh ich ja auch hin und level meine Waffen auf. Ich hab hier großartig noch nicht meine Waffen. Was dann? Hast du den Brief schon? Ne, du? Ne. Ja, warte dann. Guck mal, dass der noch einer droppt und dann... Ah, ja. Ah, da ist er. So. Wunderbar. Ja, das war mir. Komm, du A noch. Ich bin doch du. Ne, du A noch. Achso. Du hast deine Energie auf. Was hab ich grad gesagt? Äh, Rüstung, das Dorf, Apo, immer. Ich mein, diesmal hab ich ja noch nicht mal meinen Stab aufgelevelt. Normalerweise hab ich ja mindestens ein Level 6 Stab, ne? Ja. Ich hab den Bogen auch noch gar nicht aufgewertet. Du wischst, wie oft ich mein Zeug auflevel eigentlich. Komm, wir gehen da weiter, ne? Komm. Ja, ich hab grad geguckt. Schockt nicht, ne? Ne, hab ich auch noch nicht. Brauch ich jetzt auch nicht mehr. Was mich auch noch schockt ist, dass ich noch nicht mal einen Meister hab. Hm. Wer möchte mein Meister sein? Ich habe keinen. Obwohl ich ihn jetzt in Zwischenzeit fast auch nicht mehr brauch, mal davon abgesehen, ne? Hm. Kann man denn hier annehmen? Und der König. Ach, Kondor des Goblin Königs. Komm, dann nehm ich den halt an. Ja, zwei annehmen. Der Zielort. Ja, weil ich hab nicht genug, äh, Platz, um zwei anzunehmen. Ja. Was ist jetzt der Goblin König? Goblin König hab ich jetzt nochmal angenommen. Weil wenn man dann mal macht, dann hat man gleich zwei Mal. Auch wieder. Weil das andere bloß ne Laufquest wär. Ne. Beim Shooty. Der Kondor des Goblin Königs und dunkler Gestalten der, äh, Unterwelt Goblin König. Habe ich jetzt hier auf der Karte. Ne, ich mein die andere Quest vom Chapman. Der Zielort. Ach so. Wär bloß ne Laufquest zum Shooty gewesen. Ach so. Ach so. Ist ja egal. Komm, jetzt machen wir noch die, die Sohle da, wo wir da brauchen. Die ist hier. Mal hier rennt ja auch so ein Wehrbärkämpfer rum. Da braucht man nicht extra durch die tausend Wehrbären durchzurennen. Hier ist ein Kämpfer dabei. Jaja, hier oben. Da oben der. Der versteckt sich hier irgendwo. Nicht zu Hause. Doch, da rennt er. Ich seh ihn. Dahin. Jo. Ach so. Wo ist da? Musst du die kleinen, das kleck so auch locker. Ja, ja. Jo, nerven mich nicht. Ich brauch mal 3, gell. Hm. Alter kannst du die ersten 2 nehmen, und dann nehm ich die anderen 2 und dann, die letzten 2 teilen wir uns dann wieder auf. Gut. Der kommt ja eigentlich recht schnell. Ist ja nicht schon wieder da, oder? Hätte ja aber sein können, oder? Entschuldigung. Ich habe einen furchtbar kratzigen Hals schon den ganzen Tag heute. Es geht mir echt auf den Sack. Komm, dann klopfen wir ein bisschen in der Zeit. Ich habe gerade Karten aktiviert. Oh, da sind Pilze. Pilze. Hey. Hey, was soll denn das? Ich sehe nichts. Gib ihn her. Schatzi, du bist tot. Ja, danke. Ich habe gar nichts gemacht. Du rennst hier mit Affenzahn in die Gegnermenge rein. Oh, ich habe noch einen Pilz. Nein. Was soll denn das? Schatzi, jetzt sterben wir schon wieder. In einer Folge zweimal sterben. Das geht nicht. Ich will dir eine andere Hals ein bisschen nahe kommen. Ach so, natürlich mit den EP ein bisschen runter. Muss ja nicht sein. Schatzi, dein Pilz liegt noch hier. Wenn ich den jetzt aufnehme, bin ich fertig. Nee, dann warte. Ich warte doch. Du bringst sogar den Dicken mit. Siehst du, du rennst da einfach durch wie Bekloppti. Ey, ja, da ich den Pilz kriege. Wenn du jetzt wieder stirbst, bist du selber schuld. Nein, ich muss ja den Pilz kriegen. Ja, dann mach halt mal Flächenschaden. Hopp. Ja, genau. Mach einfach mal Flächenschaden. Ich mit den wenigsten HP wirst. Ich lieb dich, Schatzi. Ich lieb dich einfach. Ich, du verfallobst. Jetzt hasse ich dich. Jetzt greif doch auch mal. Äh. Ne, meiner du. Der braucht immer so lange. Okay, ich nehme jetzt die Zwerh auf. Und du nimmst dann die nächste Zwerh auf, ne? Die Katze geht aus dem Tannenbaum raus. Sitzt die Katze im Tannenbaum? Äh, sie steckt zumindest den Kuppen hinein. Ach, wie ich die zwei Nervesäge. Das ist mein Pilz. Darauf arbeite ich mich gerade zu. Ach so, wenn ich jetzt... Wie viel hast denn du? Vier. Ah ja, gut. Dann können wir jeder, äh... Ja, jetzt vier? Oder? Ja, jetzt vier, ja. Oh, scheiße. Dann bin ich fertig. Gekau. No, was ist denn heute los mit meinem... Ich weiß was, nein. Irgendwie heilen meine Steine heute nix. So was anderes. Du kriegst einfach so viel abgezogen. Das ist das Problem. Dass ich heute Tränke schluck, das ist... Wir hängen Kärmonik dabei. Ich schluck da heute Tränke an, Mast. Was du heute wieder alles schluckst, Schatzi. Wursch. Ist der Dicke da? Ja. Ah ne, war er gar nicht. Ne. Haben eben so komisch gelaufen, habe ich... Da ist der Dicke. Hat den falschen Dicken angegriffen. Stirb, Dicke. Ey, Dicke. Ach ja. Yay. Fertig. Ja. Jetzt nur noch Sandpilzkopf. Und Goblin König. Ja. So langsam wird's übersichtlich, ne? Aber wir laufen in die falsche Richtung, oder? Ne. Richtig. Ne. Falsch. Ne, richtig. Was? Hä? Hä? Wer? Ich geb die einfach mal. Ich hab wieder so viele zum Abgeben. Stirbst du? Hm. Gut. Ich will das nicht Marianne, das. Ja, ich weiß. Ich bin eben zweimal gelaufen. Ich wollte da jetzt was an den Kopf... Komm mal, Schatzi. Warte. Ah, jetzt treffe ich das Ding wieder nicht. Schmeiß der Sterne, guck. Ah, verdammt. Geht da. Doch. Äh? Da. Du, danke. Kriegst aber nur, das meins. Brauch ich. Boah, dann kacke. Ah, weil ich fragen wollte, willst du Steine? Also, äh, Segenslicks? Ne, ja, uff, ich stell das Zeich doch selber her. Segenskseer. Ich bin froh, wenn ich das Zeich nicht sehen muss. Ich kann doch alles herstellen bis T3. Komm, wir geben... Achso, kann schon. Sollen wir gleich direkt abgeben? Alles? So. Könnten eigentlich mal alles abgeben. Ich hab so viel Zeug zum Abgeben. Hier, Werbeer. Abgeber. Weg ist der. Dann Dynamit. Abgeber. Ist A weg. Ich rief. Iiii. Ist A weg. Oh, der beste Besen kann ich nicht abgeben. Äh, Wette mit Marty auch nicht. Hässlicher Goblin nicht. Dafür hab ich aber wieder einige zum Annehmen. Zerrissener Brief, nochmal. Achso, ne, entschlüsseln soll ich den jetzt? Hä? Wir müssen zum Stadtmeister Romäus. Ja gut, aber komm jetzt noch eineinhalb Minuten, dann mach mal die Sanddinger noch da oben. Eineinhalb Minuten? Jetzt mach ich da, weil ich dann, dann mach ich jetzt Schluss, würde ich fast behaupten. Boah, die machen wir jetzt noch, oder? Jo. Von mir aus. Wohin? In die andere Richtung, Schatzi. Da, wo die zwei die ganze Zeit gekommen sind. Würde ich fast behaupten. Dort Richtung Goblin König. Ich muss öfters mal was zwischendrin trinken. Weil mein Hals, der will Heidenath. Der ist ganz kratzig. Ja gut, du nimmst ja schnell einen Besen gefresse. Halben Tag da auf. Ja gut, stimmt da wieder. Ich hab ja schon ein paar Stunden Aufnahme-Session hinter mir. Ich hab einen Kopf. Und ne Pilz-äh, Karte. Bin du? Ich bin Mia. Hier, guck, hier bin ich. Uhu, hier. Uhu, hier. Ich kann nicht mal mehr Uhu machen. Uhu, uhu. Oh je. Oh Gott, ist mein Hals zu. Gott, ich sterb. Ich hab Halsbonbons gekauft. Echt? Ja, echt. Sagst du, sagst du mir jetzt erst. Ja. Ich hab schon die ganze Zeit Halsschmerzen. Äh, ich hab die vom, vom Ding, die Hals-W-Tabletten gekauft. Okay. Und äh, Halsbonbons. Oh, das ist cool, weißt du, ich lutsch doch vorhin so uraltes Honigbonbon, ne? Wo ich gedacht hab, äh... Ist bloß vom September. Ja, abgelaufen. Laufen Bonbons ab? Und doch voll mit Zucker. Ja, Süßzeug kann ablaufen, Schatzi. Ja, Süß, aber Bonbons? Keine Ahnung. Das ist wie gespalten jetzt, ne? Weil du sagst, kann Süßzeug ablaufen, wegen so viel Zucker. Und da hab ich, und du sagst eben, äh... Ja, Süßzeug, ja, aber Bonbons? Was? Das ist falsch. Ja, ich... Oh, weil auch Süß... Oh, mag ja. Der stand nicht lang. Oh, diese Ratten. Diese Ratten-Plage jedes Mal. Oh, halt. Ja, das war mir. Ah, danke. Wie viele Köpfe hast du? Äh... Ich hab zwei. Zwei, ja. Naja, du... Dann nimm mal. Dann hast du deine, äh... Vier. Vier. Ich hab drei. Und ich würde aber auch sagen, wir können jetzt erst mal die Folge beenden. Naja, gut, schätze ich noch. Willst du es noch fertig machen? Ja, komm, die, 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 die kommen ja so schnell. Dann machen wir es noch fertig. Hürschlucht oder der Schlucht entgegen? Was jetzt? Kann wir springen? Hippie! Kannst du nicht runter springen. So, ich hab jetzt auch vier. Jetzt brauchen wir noch ein. Ah, ah, ein. Ah, ah, ein. Mein Hals tut mir so weh. Ja, ich wollt grad sagen, dass... Äh, ich hab jetzt auch vier, kamen grad mal gar nicht an. Hm. Ich sag ja, mein Hals, der ist so zu, dass, äh, dass das schon nicht schön ist, ne? Da ist sie jetzt gleich fertig. Wenn nicht, halte ich jetzt einfach mal die Gors. Das kann ich aber nicht. Na ja, Allah. Fertisch. Gut. Ist es nicht so, dass ich nicht gern let's play, ne? Also, ich nehm jo gern auf, aber nicht, wenn ich krank bin. Ja, was jetzt? Ja, ja, so, halt, ne? Bleib doch halt immer stehen. Ja, nee, ich will mich doch dir anpassen, aber du bewegst dich ja andauernd. Ja, war ich hierzu zum... Ja, ist doch egal jetzt, halt. So, jetzt, Allah. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, Mensch. Ihr wisst jo, ihr kennt mich ja, abonniere, da könnt ihr euch alle Folge mal auch gucken und, ähm, würd mich ja sehr drüber erfreuen. Liked das Video, wenn's euch gefallen hat und bis dahin, bis zur nächsten Folge. Tschüss, lass da.